Battlefield Bad Company ist eigentlich auch ein Video, also Battlefield Bad Company 2 ist auch ein Video, aber das weiß ich nicht, das ist nicht so. Wir haben zwar die Gegner gleich am ersten Point verteilt, haben auch gewonnen gleich, aber es ist halt von Stats her nicht so gut und man hört mich kaum, wenn es der erste Live-Kommentary war, da will ich das nochmal versuchen, wenn ich die Leute nochmal zusammenkriege mit denen ich immer spiele. Da was zu arrangieren. Ja, so, reden wir mal mit der Frau hier. Hallo Frau, ich spreche. Inspekte, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Ich habe ihn überzeugt. Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Ha, hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch Inspekte sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Hilft Ihnen das nicht? Sie scheinen sich nicht sehr zu freuen. Ich bin überglücklich, aber im Moment habe ich nur das Gefühl, etwas Schweres erledigt zu haben. Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit. Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen. Ja, ja, gehen Sie. Sie, Shepard. Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften. Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis-Kommande. Ich schulde Ihnen ein Bier. Nicht nur eins. Mir fehlen zwei Erfahrungen zum Level ab. Das mache ich jetzt noch. Das, nee, das mache ich jetzt noch. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Die Verbindung von Sermifeln finden sich. Den Komplätzen mit dem Namen Gipfel 50 müssen den gegeben. Ja, das will ich auch gerade. Ich will doch nur ein... Mann, ne. Ah, hier, Garage. Fahrzeuge, cool. so schön nach da lang nach da lang, das ist ein cooles Deutsch ja, ja die lang, hier und da, cool ja, hos Fifth? tocht Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Ich bin autorisiert. Du bist beschränkt. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Alli-Juts-Tal soll ziemlich übel sein. Der ist echt. Was gibt's denn daran zu zweifeln? Ich bin ein Spektreur. Was ist das? Ein Geht. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Materialien waren. Wow. Was sind das denn für Viecher? Oh, sag mal, laufen wir doch mal nicht. Ja, hm. Was sind das für Dinge? Ausschwärmen, das gibt es ja. Niemand kommt hier rein oder raus. Hey. Ich will in dem Fahrzeug fahren. Na, kein Kürz. Munitions-Upgrade. Cool. Ey, mein Auto ist blockiert. Was würden wir damit fahren? Na gut, dann gucke ich mir erst mal noch ein bisschen hier um. Ah, ein Fahrzeug einsteigen. Sieht aber nicht so cool aus, wie das da hinten. Na gut. Verwenden Sie zum Fahren die Standardbewegungstasten mit Leertaste, starten Sie den Sprungdüsen des Makos. N lässt Sie von einer unerforschten Welt auf die Normen, die zurückkehren. Erste Monster erfolgt die Kanone des Makos ab. Linke Monster erfolgt das M-G-Up mit Umgang. Können Sie auch was sagen. Ah, cool. Yeah, cool. Autoram. Wow. Fahrenstufe 1. Krass. Fast wie ein Battlefield 1, 2, 42. Hm. Aber nur fast. Ui. Gut, es gibt nur einen Weg. Ich habe gerade dran gezweifelt, dass es hier ist. Gestern. Kann ich die aufnehmen oder so? Ah. Schwer. Mensch. Hydra. Mittelschwer. Thorianer. Oh, was für einen coolen Helm ich habe. Rüstung. Ja, ist doch besser. Sieht vielleicht nicht besser aus, aber ist doch besser. So, Pistole. Quatsch. Quatsch. Ja, mein Gott. Oh, ich weiß doch langsam, wie es geht. Wupp. Ui. Ich habe geschossen. Ween. Wui. Ich habe es in deratie Wet's holy Art. Ich habe es nicht mehr. Wui. Ich habe es nicht mehr. Woop. Ich werde da gerne aussteigen. Nur mal kurz wenigstens. Irgendwie sind wir beide alle tot. Das ist aber nicht so toll. Es trifft alles schön mein Fahrzeug. Ich werde da gerne aussteigen. Viel Spaß damit und bis später. Tschüss.